Hallo Leute und da bin ich wieder und dieses Mal bin ich zu einem Let's Play gekommen und zwar Let's Play ich jetzt ja doch Mini Craft. So neue Welt, hey ho, let's go. Ah hier ist auch gleich so eine Brücke nach oben. Da geht es übrigens zum Himmel, ich habe mich da informiert auf dem Mini Craft Wiki. Den Link dazu mache ich in die Beschreibung. Da kann man sich allen möglichen Mist durchlesen, der eigentlich total egal ist. Und zwar habe ich herausgefunden, dass das Spiel hier auch im Biom aufgebaut ist. Wir befinden uns hier in einem Waldbiom. Es gibt Himmel, Nähter und alles sowas. Hey, stirb. So und für alle die, die das Let's Show nicht geguckt haben, Mini Craft ist ein Spiel von Notch, das innerhalb von 48 Stunden entwickelt wurde für einen Wettbewerb, so wie ich das gelesen habe. Und ja, mal schauen. Ich fälle jetzt hier hier Bäume. Ja, wozu steht noch nicht fest, das weiß ich selber noch nicht. Auch bei Bäume fällen ist erstmal immer gut. Ähm, wir suchen jetzt nämlich erstmal eine Treppe, die uns nach unten führt. Denn unten interessiert mich einfach, was da ist. Ganz einfach deswegen, ja. Ja. Aua, den habe ich nicht gesehen. Hey. Stirb, slime. Oh mein Gott. Hüffel, ein Baum. So, alle die, die wirklich meine Let's Show nicht gesehen haben. Das Gelbe, das sind die Energiebalken. Wenn diese Energiebalken aufgebraucht sind, läuft euer Spieler langsam. Und ist auf gut Deutsch gesagt im Arsch. Dann braucht das ein paar Sekunden, damit die Energie wieder voll ist. Und dann könnt ihr hier wieder in voller Auergeschwindigkeit rumstratzen. Ja, stirb mal. So, ich mache jetzt erstmal ein Save. Uh, muss ich drücken. Save it. Hey, ja, super. Ah, da ist eine Brücke. Ah, da geht es schon nach unten. Super, dann wohnen wir jetzt gleich hier. Hast rein, wunderbar in Welt. Klatsche ich hier mal die, ähm, Rockbensch hin. Wie heißt das auf Deutsch? Craftingtour wollte ich gerade sagen. Ach man, mir fällt es einfach jetzt nicht ein. Oh, habe ich mir das jetzt gecraftet? Oh, jetzt haben wir jetzt zwei gemacht. Oh Mist. Oder? Oh, ah, jetzt haben wir drei gemacht. Ach Mist, ach egal. Ey Leute, ich habe jetzt echt vergessen, was das da auf Deutsch ist. Das kann jetzt echt nicht wahr sein. Das kann jetzt irgendwie nicht angehen. Aber jetzt ohne Witz nicht. Ey, ich muss jetzt mal was essen. Ja, das ist halt so. Ey, das ist jetzt schlimm. Werkbank. Mensch, Werkbank hieß es. Na meine Güte, sonst hätte es ja jetzt hier schon angefangen, ey. So, am Anfang erstmal ein schönes Let's Fail. Erstmal hier mehr Wood Pickaxe gemacht, als man braucht. Aber naja, das seid ihr ja schon gewöhnt. So. Ja, komm. So, jetzt machen wir erstmal eine Steinspitzhacke, damit das hier mal ein bisschen schneller geht. So, diesmal nur eine, wenn es geht. Ja, wunderbar. So, dann machen wir uns jetzt hier einen kleinen Bunker. Damit wir hier nicht gleich von allem angegriffen werden. Zum Beispiel von dem Typen da. Der sehnsüchtig wartet, reingenommen zu werden. Da kommt es nicht rein. So, dann kommen wir hier mal zu dem Baum. Ah, wir haben kein Schwert. Ha, bin nicht witzig. Ja, warum haben wir kein Schwert gemacht? Toll, das ist doch wieder clever. Oh, ich hab gar nicht die Dings in der Hand. So, ich fühle gerade ganz schön retro, ne? Hier so schön pixelartig. Na, das ist ja Minecraft auch. Und alles andere. Alles andere so, oh, Battlefield 3, besonders viele Pixel, muss ich sagen. Das Schlimmste sind immer die Leute, die immer nur auf Grafik gucken. Also, was hast du dich hier? So ein mega geiles Spiel, zum Beispiel, keine Ahnung, so einen alten Zelda-Teil. Und ja, ne, der sieht mir zu schlecht aus. Ey, so, da könnte ich immer einfach nur am besten in die Fresse schlagen. Das ist echt, boah, hasse ich zutiefst. So, dann gucke ich immer bei der Werktruhe. Ah, bleibt mir weg. So, ähm, Schaufel brauchen wir erstmal, um uns hier den Eingang zuzumachen. So, denn diese Tiefe hier, die ich gemacht habe, das ist nämlich ein Loch. Da kommen keine Gegner rüber. Boah, meine Festung ist unentnehmbar geworden. Durch dieses Loch. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ja, das finde ich einfach schlimm. Ähm, einfach nur, naja, dem entgeht ja denn der Spielspaß. Nicht mehr. Ich spiele ja so eine Spiele. Boah, ist gerade ganz schön laut hier. Ich muss mal ein Stück leiser machen. Oh, ja, mit Scroking-Ton. Das ist dann doch ein bisschen heißer. Ja, so ist gut. Ah, ne. So ist schon wieder schlecht. Ja, gucken, ob es jetzt besser ist. Ja. Ja. Jetzt hätte ich hier, wartet mal kurz. Fass die Blume aus der Vase, grob beim Lauter machen. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Äh, ein Schwert wollte ich mir machen. Super. So, geil, jetzt haben wir noch ein Schwert. So, Kumon, ha, totbiste. Ha, Kumon, ha. Kumon, Alter, in Minecraft am besten. Ha, ja, bin ich witzig. Äh, Apfel, ne. Ne, mit einem Apfel will ich jetzt nicht zu schlagen. Das tut dem Apfel ja auch irgendwie weh. Ja, ähm, so, jetzt machen wir uns mal. Ja, hier eine Stein, Hacke, äh, Axt meine ich, nicht Hacke. So, ja, Baum gleich mal wanted hier. So. Aber ich hab das Gefühl, so verlieren die doch viel weniger Äpfel, oder? Ich müsste das jetzt echt mal auf dem Wiki nachgucken. Doch, die verlieren so weniger Äpfel. Also ich nehm jetzt nochmal weg die, die Wok hier, Alter. Hä? Ich denk, ich hab die nicht mehr nah an. So. So verlieren die doch viel mehr Äpfel. Also kann mir immer erzählen, was er will, aber. Oh, übrigens hab ich mich mal umgeguckt für Mini-Craft. Ähm, das Ding hat ja auch schon ne ganz schön große Community. Das hätt ich gar nicht mal erwartet, also. Hute ab. Dafür gibt's ja jetzt auch schon Mods hier. Creeper-Mod und alles so und das, ne. Die werd ich alle vielleicht mal zeigen. Das kann man sogar Multiplayer spielen, hab ich gesehen, mit Mod. Per Split-Screen. Aber wie das funktioniert, hab ich mir nicht angeguckt. Einen Mod hab ich mir angeguckt. Der sollte irgendwie per LAN gehen. Äh, denn, ja, ne. Also. Steht da. Und ein Mod hab ich gesehen, das war ein Zombie-Mod. Da war, hatte man halt übelst viele Zombies. Und. Die konnte man erstens abmetzeln, aber es waren wirklich extrem viele. Und in diesem Mod konnte man nur per Split-Screen spielen. Er war ganz lustig. Und da gibt's ja noch so ne Mods, dass zum Beispiel Dörfer sind, wo du Typen rumstratzen. Mit denen kannst du mal nicht labern, aber die kannst du umbringen. Immerhin was, ne. Immerhin was. Und alles sowas. Also, ist echt ganz schön interessant. Da werd ich auch einige Mods mal so vorstellen, ne. Für Mini-Craft. Und räum' jetzt mal die Werkbank hier rein. Äh. Damit wir hier auch was zu tun haben. Ja, komm, schieb die mal in die Ecke. So, jetzt nehm' ich noch ein Oven. Ein Oven. Ein Oven ist übrigens übersetzt ein Backofen. Und, mhm. Ja, wie hieß's da? Ich guck mal schnell. Die müssen uns eh craften. Ein Furans, also das Ding hier, was es auch in Minecraft gibt. Äh, das ist übrigens ein Ofen, wo man Eisen und zu schmilzt. In Minecraft machen wir Brot und Eisen im Ehen. Ach Mist, da sollte der jetzt gar nicht hin. Und hier braucht man halt zwei unterschiedliche Öfen. Eben mal einen Backofen und eben mal einen Arbeitsofen, so gesehen. So. Ne, warte mal. Komm mal mit hier. Du kommst hier mit runter zur Arbeitsstelle. So. Da gibt's ja noch so Mods, Türen und alles sowas. Also gibt wirklich richtig viel. Das hätte ich gar nicht erwartet. Oder auch ein extra Mod zum Speichern, dass man so richtig, ähm, apropos Speichern, dass man so richtig sieht, ähm, das alles so hier, ne, so ein richtiges Menü, das man öffnen kann, wo man speichern, neue Welt, alte Laden und alles sowas. Also, ich bin ganz schön überrascht, dass, dass das schon so viele kennen. Wenn ich das schätzen würde, pfff, kenne das vielleicht. Also, als ich das das erste Mal gesehen habe, dachte ich, kenne das so, keine Ahnung, tausend Mann, aber müssen wohl anscheinend doch schon mehr kennen, als ich dachte. Oh, Hilfe. Ähm, ja, ich bin übrigens gerade, wie, wer hier gerade zuguckt, ne, ich bin auf der Suche nach, ähm, ähm, Sand für, scheiße, für Sterben, Hilfe. Ähm, ich bin auf der Suche genau nach Sand. Und zwar braucht man Sand, um sich Laternen zu machen, genau, Laternen, so war das Wort. Denn ohne Sand gehen keine Laternen. Man muss sich ja das Glas machen und so. So, und das Gras wächst übrigens auch nach, so wie Minecraft, das finde ich relativ cool. Kann man sich den Kaktus eigentlich mitnehmen oder abbauen? Oh, super. Den können wir uns dann vor der Haustür pflanzen, haben wir Schutz, beziehungsweise noch mehr Schutz. So, wie viel haben wir denn jetzt? 24 Cent, na, damit können wir dann schon mal in die Mine reingehen, wenn ich jetzt wieder zurückfinde, na. Nur natürlich, ah, okay, ah, dann sind wir aber zurück. Oh, hier, irgendwo war da unser Haus, ne. Ich nehme mir mal hier die Rockaxt, die Rockübelste, ha, ha, ha. Ähm, hier, so. So, diese, wem es interessant ist, hier, diese, 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 die Dinger hier, dann kann man Bäume nachpflanzen. Oh ja, apropos Bäume nachpflanzen, da habe ich auch einen Mod gesehen, so der höheres Gras einfügt und bessere Grafik. Also, na, so viel besser jetzt auch nicht. Zum Beispiel am Wasser ist denn der Sand halt ein bisschen dunkler und alles sowas. Also, so ne, auch so ne Schickimicki Mods, die alles ein bisschen schicker machen. Das war recht witzig, da so mal durchzugucken, was da alles so schon gemoddet wurde. Also, das hat mich echt ganz schön erstaunt. So, ich mache mir jetzt übrigens Glas. Sechs Stück haben wir. Da können wir schon mal kurz reingehen. Das macht uns in eine Laterne. Oder auch null Laternen. Geht natürlich auch. Warum null? Ach, wir müssen ja Slimes umbringen. Stimmt, man braucht Slimes, so wie ein Terraria, um, ähm, ne, um sich das zu machen. So ne Laterne. So, jetzt haben wir. Jetzt haben wir für ihn zusammen. Wo war denn der Eingang? Da, ne. Ah, hier ist der Eingang. So. Ähm, ne, Brote nicht erst mal. Glas auch nicht. Ich wollte eigentlich, ah, okay, eine Laterne. Super, dann gehe ich jetzt mal runter. Ah. Oh. Oh, ich nehme schon zwölf Minuten auf. Gut, das zu sehen. Gut, ähm, wir laden den letzten Spielstand. Ähm, ich wollte das Laden unbedingt mal zeigen. Ah, okay. Haben wir hier schon den Sand gehabt? Nein, natürlich nicht. Das war natürlich wieder klar. Ja, super, okay. Ähm, wegen Sand suchen wollte ich übrigens mal sagen. Für die, die es erst nicht mitbekommen haben. Jetzt gehen wir. So. Auf geht's denn. War der Sand. Das Praktische, wenn ich das... Ach man, ich komme immer mit meinem Mikro gegen die Lautsprecher, weil die so nah stehen. Ähm, hallo, komischer Typ. Ist ja auch, wenn ich diesen, ähm, mod wollte ich gerade sagen. Wenn ich dieses Spiel, ähm, let's playe. Denn mein Fraps ist so eingestellt, dass es genau 3,50 Gigabyte, ähm, aufnimmt. Und dann ist Schluss. Das waren in Minecraft 3,50 Gigabyte, ähm, immer ungefähr 5 bis 8 Minuten. Aber dadurch, dass, ja, hier, Mini-Craft, äh, recht wenig Grafikaufwand hat und die da 3,50 Gigabyte zusammengekommen sind, nehme ich da so zwischen 8 und 20 Minuten auf. Das heißt, ich brauche die Folgen gar nicht zusammenschneiden, sondern ich setze die nur auf HD, damit sie schneller hochzuladen sind. Aua, weil so müsste ich die ja hochladen mit 3,50 Gigabyte, wenn ich die auf HD setze, haben die nur noch 82 MB. Ja, das ist ein gewaltiger Unterschied. Dann lade ich eine Stunde hoch und das war's dann schon. Für das HD-Set, ach ja, und meine Stimme mache ich auch immer noch ein bisschen lauter, weil mein Mikro, äh, nimmt alles sehr leise auf. Also, ich brülle hier halb rein und mein Mikro nimmt das sehr, 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 sehr leise wahr. Deswegen setze ich das dann immer noch alle ein bisschen lauter, so, ich habe mir jetzt übrigens Glas gemacht und jetzt mache ich mir Laternen. Ach, das können wir ja nicht, wir mussten ja noch die Viecher da umbringen. Das speichere ich jetzt aber erst mal. So, save it. So, ähm, worauf ich stehen geblieben? Ja, jedenfalls mache ich dann dann noch immer meine Stimme lauter. Und meistens brauche ich, um alles auf HD zu setzen, um meine Stimme lauter zu machen, und bei Minecraft drei bis vier Stunden, also immer einen Tag. Ähm, und laden natürlich nebenbei eins hoch, also immer eins auf HD und eins hochladen. Und mit Mini-Craft kann ich, schaffe ich es mit gut Glück, zwei bis drei Folgen an einem Tag hochzuladen, die auf HD sind. Denn auf HD setzen braucht dann, keine Ahnung, eine halbe bis Stunde. Also eine halbe Stunde bis zu einer Stunde. Oh ja, hier war ja das Vieh. Ach, kacke. Gut, dass ich gespeichert habe. Mist, wie sollen wir denn da runterkommen? Wir sterben ja sofort. Gut, dann gehe ich jetzt erstmal runter. Okay, dann mach die Viecher schnell fertig. Ach, Mist, Mensch. Ich habe gar keine Waffe in der Hand. Mist. Schnell hoch. So, schnell was essen. So, ja, nur damit du wirst, wie lange ich immer brauche, ne. Deswegen gibt es auch immer so, immer nur höchstens ein Video am Tag, weil ich immer so lange brauche. So, jetzt wisst ihr ja alles, ne. So, super. Ich versuche es nochmal. Ich speichere. Wer war eigentlich der Blitzmerker und hat Safen auf U gesetzt? Ey, ist ja schlimm. Mann, Mann, Mann. Na, besser als gar nicht speichern. Warum können wir uns jetzt keine Laternen? Ach, wir haben die Dinger da nicht. Mann, jetzt muss ich die schon wieder umbringen gehen. Oh, Mensch, Mensch, Mensch. Jetzt guck mal her, hier. Ist irgendwie gerade voll retro, ne. Man bräuchte nur noch irgendwie so eine alte Musik. Ah, apropos alte Musik. Ich hab da noch eine ur-alte Playlist. Und zwar, könnt ihr das ja schon erzählen? Ich hab ja nichts zu tun. Und zwar hatte ich, hatte ich, hab ich bei Minecraft gespielt und wollte mir dann nebenbei Zelda anhören, die Musik von Zelda, und hab mir dann eine Zelda-Playlist gemacht. Da hab ich nur die alten Zelda genommen. Also von Zelda 1 aus bis zu Zelda 3, A Link to the Past. Hab ich alles genommen. Das, die könnte ich ja anmachen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Ey, soll ich die mal anmachen? Das würde sogar ganz gut passen, denke ich mir mal so. Ja, ich kann sie ja mal angucken. Äh, angucken. Ja, ich guck mir mal die Playlist an. Ich hör mir die nicht an. Ich guck mir die einfach mal eine Weile an, ne. So eine halbe Stunde und dann... Ne, ich kann die ja mal anmachen. Und mal gucken, ob irgendwer in die Kommentare schreibt, dass es scheiße ist. Und wenn es scheiße ist, dann... Äh, lass ich die Playlist einfach aus. Und wenn irgendwie, keine Ahnung, wenn Gong nix in die Kommentare geschrieben wird, dann lass ich es einfach. Na, und wenn es gut ist, dann mach ich es natürlich aus. Ne, dann lass ich es ja natürlich. Ja, ich mach die mal kurz an. Bis gleich. Bis gleich.